Hallo und willkommen zurück bei 2 Der Locki und ich und die Begleiter Weiter in diesem Schmodder Tümpelgewölbe Schlotze Tümpel Ja, ich bin Schlotze Tümpel Schlotze Tümpelgewölbe Ah, wo die Stürmen müssen Schlotze Tümpelgewölbe Schlotze Tümpelgewölbe Nicht Schlotzen Tümpelgewölbe Schlotze Tümpelgewölbe Ach, whatever Mach, Brühe Volles Fass in Fresse Krieg Fick Ah, ja Bisschen Plündert Ja Ja Wuh Hahaha Toll Toll Hahaha Ah, da Nein, zack Nein 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 Bam Ah, da ist das ja nicht Komisch, ey Was auch immer das ist Puppe Nein Kaputt machen Kaputt machen Hahaha Ah, langs Puppe Weg damit Bam Bumm 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 Ah, hier Fliegeviecher Da Reck Zack Bam Ja 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 Völlig Überblick verloren Hahaha Ah Sauber Ah Rein damit Zack Weg Kaputtmacht So Geplettet Das ist action pur Mua Er hat gerade die Ansicht geskippt Bumm 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 Oh, hier Bumm Bumm Was tust du? Ähm, komm mal her Ja Lauf mal genau In das Eck Und lauf dann nach hier vorne Und dann Bumm Hahaha Bumm Bumm Voll gut, gell Hahaha Bumm 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 Ich bin ein Teleforter So, da hab' ich erstmal одар �issen Spielfehler spische, ja Jaa W-, Dir nur der erste 거기 coland Boah Ach Ja, da vorne ist Partyhard Nummer so am Rande H Claire, ich mach mal Puppel mal kaputt Naja, mach du nur und mal Jaa Ja Jalalalalala Warn, 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 warn Oh da kommt wieder das große schon Ja kein Thema haufer rein Eine Weg, schätze, junge Zuerfätze, kauf hier Kauf wieder, weiter machen Spiel hier gerade, jawoll Oh, Action Flur! Ja! Ich merke! Okay, ich check gar nicht mehr, wo bist du überhaupt? Ich denke mal mehr! Alles klar! Jetzt ziehen wir am Verrecken hier! Einfach reinhalte! Einfach reinhalte! Wer kann Wayne entdecken? Wayne, nein, ich ahne! Alles klar, weiter geht! Ja, da ist schon mal einer! Ja! Action! Spannung! Bam! Der haut ab, der haut ab! Den kriegt man! Ich verfolg den! Der kommt uns nicht weg! So! Down! Ganz schön Party hier unten! Also wer sich die Folge einfach nur Audio reinzieht ohne zu gucken weil der denkt auch Was für ein geiler Actionfilm! War geil! Ein paar Schabe! Ein paar Ente! Ja! Das ist dann! Eine! So! Mehr! Hm? Das ist dein Klo nicht ähnlicher! Nö! Das ist zu wenig Schabe, oder? Ja! Okay, ich level kurz, wenn ich darf, ne? Ja, mach mal! Ja! 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 Falls, äh... Falls, falls irgendjemand mal die Gelegenheit hat, ne? Bei Wayne vorbeizuschauen, dann mach das! Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert! Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert! Dann kriegt auch nen Kaffee! Ja! Wer das mag! Lalalalalalalalalalalalalalala! Nee! Will ihn nicht! Ja, krass! Ich nehme... Was nehm ich denn? Ja? Ja! Ich nehm... Das da! Was? Ich hab grad Heiltränke versammelt wie blöde! Echt? Mhm! Ich hab nur 50 Große! Ich guck hier nur kurz, ob ich irgendwas hab liegen lassen... Nein! 38 Große! Boah! Wenn du nicht bist, weil... Das muss ich halt sagen! Ja! So, hier! Sack durch! Du! Warm, warm! Ah, da! Hier! Dürchtet schon wieder! Drei dich in die Ecke! So! In die Ecke! Verbrenne! Gut! So! So! Ahahahahaha! So! Ahahahahahahaha! Gott! Also ganz am Anfang ist noch das letzte Sternchen! Ja! An der Pumpe sind wir wohl voll vorbei gerannt! Pumpe! 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 Wasserpumpe! Zack! Da droß noch so viele Pumpen bei der Pumpe hier! Schlotze! Merkst du doch endlich einfach mal! Schlotze! Schlotze! So! Hier rein damit! Zack! Nein! Nein! Beihalte! Ahhhh! Weg damit! Jawoll! Wenscht abgeschlossen! Jawoll! Wenscht abgeschlossen! Jawoll! Wenscht abgeschlossen! Da ist doch gar nicht so ein scharfer Haufen! Oh no! Das ist im oben! Quatsch! Ja! Ich geh mal zu! Die Lavaa! Und los! Hei! Hei der Maul! Wer hier jetzt den Scheiß? Was?! Ich nehm die Knarre auf jeden Fall! Na ich nehm die Osen! Ja genau! ja die kälte breitet sie langsam aus ich kann auch nichts dafür irgendwas muss ja drunter leiden hier ist so kalt ja ja hier ist so kalt ja dass ich vom schreibtisch zuil vorerst mal drei Pinguine vertreiben musste. So geil das hier. Wo sind die jetzt? Die sind drüber, die zocken gerade. Ah ok. Spiel Karte. Ja, was Pinguine halt so in der Freizeit machen. Jaja, das ist kein Problem. So, ich bin mit der Hilfe wieder. So, da, hier gibt es her, da. Lederhost, sag nein damit. Ab aufs Ohrenfest. Ah, boah, kalt. Ah, viele, ah. Ja, die machen wir fertig. Die machen wir fertig. Sag nein damit. Hier, erst mal plündern. Ah. Ah, ein paar Felseschüttler. Jawohl, was fällt da raus? Los treten. Sauber. Ah, hier, da wird uns in der Nacht gewunken. Ui. Hier, Gold, da. Ja, down. Boah, Gold. Hier, da steht noch ein paar. Sag, Boven, da, weg damit. Nein, halte. Ah, der flüchtet. Er ist in der Ecke, er kann nicht flüchten. Dring ihn in die Ecke. Natürlich. Ah, hier wurde gewählt. Ah, gut, kalt. Ich glaube, ich fange an meinen Schreibtisch zu verbrennen. Ja, bleibt kuschelig warm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so einen Eck-Schreibtisch. Hallo, da ist eine Menge Holz dran. Bis ich mal bei der Tastatur bin, dauert es eine Pfeile. Ah, weiter. Dürft mir auch bald beim Jim sein. Bei dem? Ja, du nicht Questlaser. Hallo. Boah, ich habe mich gerade doppelt gehört. Ich habe mich gerade voll doppelt bei dir. Dam, da, dam, dam. Ja, ich habe mich doppelt. Oh, ich dachte, wir sind in das Salzöl. Löde, aber ... Hm. Weiter? W��들이. Ja, klar. Huu, ich bin da. So. Pow! Der ist halt gerade bei dir voll abkackt. Na, bei dir auch gerade. Haben Sie auch st Pandemie? Hey!! Boah, ist kalt. Bitte helft mir doch. An alle Abonnenten bitte schickt mir Brennholz. Ich hab hier drin Parkett, ich könnte eigentlich das Parkett an einer Ecke anzünden, bis das hier rüberbrannt ist, hab ich die Aufnahme fertig. Na, hier ist ein Portal. Oh, oh yeah. Weg vom Portal. Aktiviert. Scotty, blommig voll. Was? Entschuldigung, ich hab Probleme im Acht. Ja. Und dazu ist dir kalt. Ja, und? Hallo, in der vorletzten Folge, oder vorvorletzten Folge, hast du die hier mit Apfelsachen abgeschossen. Da darf ich heute auch mal verhüllen. Ah, die mach ich fertig. Echt? Ja, kein Ding. Ah, da, zack rum. Stufenaufstieg. Echt? Ja, man. Assi, Alter. Ich will auch. Da, hier, Knochen, Knochenhaufe, Reintretter, jawoll. Für die Leicheschändung. Egal, Hauptsache nur Hut. Klar. Ja, level du halt mal. Ja. Boah, geil Brunner. Yes, man! Na, da angle ich erstmal mit. Ah, klar, erst mal hier. Gute große Schakalbarsch rausziehen. Ah, Tunnelhau. Ah, warte, warte, warte. Ah, große Krabbelei. Äh, Krabbe? Krabbel? Krabbel? Ach, egal. Knochenfisch. So, zack. Gönn ich mir erstmal ein guter, äh... Hab's nicht lesen können. Ist das nicht okay? Die sind immer die Besten. Ja, Mann, genau. Der Bronzestiefel. Ja, Mann. So, schön. Oh, ein Goldfisch. Ah, jetzt grad zur Weihnachtszeit, Mann. Gute Bronzestiefel. Ja. Ja, die braucht man. Hey, hallo. Bei Amazon hab ich die nicht gefunden. Ja. Muss halt nur mal in der Wüste angeln. Richtig, Bronzestiefel und ne Niederhalsbande. Die Party kann steigen. Ja, ein Bestienband hab ich auch. Jetzt kann's abgehen. Oh, noch ein Goldfisch. Junge, ist mir arschkalt. Ah, jetzt hab ich nix rauszogen. Scheiße. Ja, meine Finger sind taub, ich spür nix mehr. Ja. Kampfmaul. Kopf drauf. Schakal, was? Achso, nicht Schakal. Huh, die hat grad was gelacht. Entschuldigung. Hast du das? Nö. Boah, ich hör schon Dinge, die gar nicht da sind. Ja. Okay, komm, 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 komm. Jetzt, jetzt. Ah, jetzt mach doch. Und, und. Ah, Netzfisch. Sauber. Ja, neun von neun. Ich level mal kurz. Ja, ich hab acht von neun. Wie immer. Ja, level du, ich plünder in der Zeit. Hier kurz mal in nem tote Abenteurer. Geschüttelt. So. Boah, geil. Hier ist so ein komischer Schrein. Ahhhhh. Ahhhh. Wuhwuhwuhwuhu. Komm ich mal hier hoch vielleicht? Bin ich ja gemüt. Dauert ja eine Stunde, bis du mal fertig bist. Was war, was jetzt bin ich rein? Irgendwas. Haha. Klicke drauf jetzt. Ah, hier ist Knochenhaufe. Jawoll. Ist irgendwas Großes. Ich wollte mal was Großes. Macht's dir Platz? Ich glaube auch. Ah, der hat rufen und gesagt. Nein! Wie war der? Nix! Dann lach ich ja! Dann lach ich ja! Hey! Hoi! Uuhuhuhuhu. Ho! Frash it, Kniemann. Boah, ein Teleporter. Nee, der ist runtergesprungen. Nein, der hat geteleportet. Der ist runtergesprungen. Ich hab's doch sehr. Ja, genau. Hast du hier unten schon alles erkundet? Bitte, ich bin grad hier voll im Kampf. Ah, okay. Voll im Kampf, Junge. Ja, ich komm nach. Ja, brauchst du das? Ich mach die alleine für mich. Ja? Nein, nicht richtig. Uh, der war hart nschlag pierdoch. Warf, 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 warf. Ih, 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 Ih. Äh, fast correkt gerade. Ja, die Klappen ganz schön gut eine. Der, der, der Der, 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 äh. Der der, ja. Jah. Der, der, ja. Hä und ich lass mal runter den Gang Was? hier ist der Wo? Hier. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Oh, ein Mana-Schwein. Mana, Ruhe, läuft. Alles meins. Dann haben wir die Map hier auch mal. Meins. Rechts dann unten weiter. Weil die Map, so wie es aussieht, geht die dann links oben. Ja, ja, klar. Haltenträne. Gut, Kahl hier. Habe ich es schon mal erwähnt. Ja. Ich glaube, ich wäre der erste Let's Player, der beim Aufnehmen einfach erfriert. Ja, Mann. Es gibt Abonente. Gehst du die Geschichte ein? Yes. Hier unten ist so ein Wirbelsturm und eine vertrocknete Leiche. Ich trete mal kurz rein. Ja. Alles klar, hat nichts gebracht. Doch, die lebt jetzt wieder. Cool. Ich trete auch mal rein. Ja, hau nein. Ja, und Ratten kommen wieder. Jawoll. Deine Freunde. Ja. Was ist das denn da? Ein paar Brenner treten. Jawoll. Hier da, vertrocknete Leiche. Eine. Meine. Na ja, verträgt aber was. Das heißt, der vertrocknet war, war der aber ganz schön fix. Ja. Links unten? Ja. Ah. Komm zu dir. Huh. Die haut aber rein. Oh. Oh. Boah, Junge. Halt! Ja, da ist hier ein Putsi. Ja, hier. Zack. Trocknete Leiche, Tretter. ich hab schon mal neigstiefel ja ähm unten was? oh da liegt noch Geld Gold oh nicht wirklich ja du warst mal wieder vollkommen falsch egal hä? jetzt komm ich hier nicht durch ach man guck auf die Map Piot guck auf die Minimap guck auf die Minimap guck auf die Minimap geht auch ohne ach oh ein Angelhoch voll wer ist da? so und was gibt? ich glaub es möchte irgendwie keiner mehr sehen Netzfisch Niederhalsband jetzt verbringen wir die letzte Minute vor der Aufnahme wieder mit Anglein ja klar voll hey das ist spannend hehehe 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 Schakalbarsch hehehe ja ein Goldfisch ja Netzfisch schütze aber was hab ich denn jetzt an der Angel Goldfischer wieder? Ich will keine Goldfische Rostmarke hehehe ach Gott so hier zack und riesiger Netzfisch jawohl jetzt gehts ab Abwechslung muss sein natürlich Kampfmaul sauber jawohl gut ist und zack und was hä? Schakalbarsch wuh bam ja deshalb bin ich gerade weglaufe mehr kann ich nicht tragen so ich verkloppt die Urne mal noch ja und die Sonneuhr ey die die drehte Tieren ja alles kaputt ja verdrocknete Leiche tote Abenteurer hehehe alles hehehe ok dann hier wieder dankeschön fürs zuschauen hehehe hier alles kaputt getreten wird und zerstört und Grabschändung getrieben wird hehehe ja verabschiede ich mich und sag bis zur nächsten Folge bis dahin hehehe machts gut Leute tschau 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 Nee Lass na